So gut. Okay, lassen wir mal ganz kurz vorbei. Schauen wir mal, ob er da so macht. Da hat er was. Schauen wir mal. Das ist ja der. Schreie. 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 Wand. Schreie. Und da hinten siehst du endlich eine Schichtung, die nicht mehr so reinrutscht. Sondern wirklich schön von vorne kommt. Das ist ja schöner Höhlenleben. Ja, sicher. Klar. Geiler geht es nicht, oder? Wenn das hier zu groß bleibt, haben wir gewonnen. Dann wird das irgendwann offen gehen.